Ich weiss nicht, wie es am letzten Tag des Altenjahres 2017 ging. Auf jeden Fall, meine Frau hat es schon gekannt. Sie war gerade etwa halb elf. Die Kinder haben gesagt, was machen wir noch. Dann war es ein Viertel von elf. Und rundherum hat es schon geklepft und gechattert. Von uns aus sieht man bis nach Vorarlberg, nach Richterstein, in das Rindlabe. Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mich auf den Weg. Wir haben eine Batterie gekauft. Keine Ahnung, wie man so etwas zündet. Auch nicht, wie man es macht. Dann habe ich gesagt, der Kind, komm, lest es durch, machen Sie. Nein, nein, haben alle die Finger verlorfen. Natürlich musste der Alte wieder zacken. Zuerst musste ich die Brille suchen, die Kamer aufstellen. Schauen wir, dass es mit der Dunkelheit möglich ist zum Filmen. Es war wirklich stockdunkel. Das Bild hier ist fast heller, als man es von bloßem Augen gesehen hat. Mal mit der Brille habe ich es nicht so gross gesehen. Dann habe ich mich nachher gemacht, an die Batterie, habe oben die auf einer Platte aufgestellt, geschaut, dass es möglichst gerade ist. Ich habe gelesen, wo man es dann sollte öffnen, das Zündhölzchen mal zündet und dann ist mir noch das Handy runtergekehrt. Sehen Sie vielleicht? Und dann noch schnell, jetzt brennt das Handy weg und dann bin ich weggesprungen. Ich dachte, das geht jetzt über eine halbe Stunde. Oh, aber oh, jetzt hat es gekleppt. Ich habe mich dann ein wenig nach vorne gepackt und gedrückt und gedacht, ich hoffe, ich verwirsche mir diese Rakete da hinten noch in den Kragen rein. Auf jeden Fall ein lässiges Gefühl, kann ich ja sagen. Wenn man mal so eine Batterie gezündet hat und es klepfte und tätscht. Das ist irgendwie ein Abschluss im alten Jahr. Und ich freue mich auf ein neues Jahr. Es ist ja immer auch eine gewisse Besinnung. Ich denke immer so ein wenig an Reinhard Mai, wenn es 71,5 sinkt. Was ist aus all dem geworden, was ich mir am Neujahrsmorgen ganz fest vorgenommen habe? Ich nehme mir vor, ich nehme mir gar nichts vor. Das mache ich nicht. Ich habe dem Feuerwerk zugeschaut. Und ich habe einfach nur daran gedacht, dass es jetzt wieder einmal ein neues Jahr ist. Und ich habe schon viele schöne, ehemalige Jahre erlebt. Dann habe ich den Versuch zu steigen lassen in die Landschaft. Es war jetzt etwa elf, viertelab elf. Ich habe dann rundherum geschaut, was geht denn da ab. Richtig ganz durchgeschwenkt. Dann auch ein Kreuzberg her. Etwa mal kommt von dort oben etwas. Und dann hat es zu elf geschlagen. Und dann ist es losgegangen. Und jetzt müsst ihr schauen, was da abgeht. Links unten, Blick Richtung Rindtal bis zum Bodensee. Der Karre seht ihr vielleicht etwa in Dornbirn. Man sieht das aus ins Vorarlberg. Rechts dann oben dran, blanker Lichterstein im Vordergrund Werderberg. Die Homogenität, wie die Feuerwerke hier in die Luft steigen. Und dann habe ich gedacht, 193 Nationen in der Schweiz. Auch wir in der Region haben viele Nationen. Da ist der Blick nach Gams. Und ob sie in die Feuerwerke steigen. Eins nach dem anderen. Ja, eben die Homogenität in der Region. Wir haben auch viele Nationen. Wie das abgeht, wie das klappt. Das ist doch wirklich etwas Wunderschönes. Und an dem Altjahrabend, jetzt schon im neuen Jahr. Ja, habe ich gedacht, eine wunderschöne Region, wie wir hier zehnmal leben. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja, der Mond hat zugeschaut. Da hinten dran ist es ruhig gewesen. Vorne dran Rambazamba. Jetzt wieder eher Sicht. Noch Lichterstein durch. Die Homogenität, das ist etwas, das an dieser Stelle, wenn man das beobachtet, wirklich etwas hervorragendes ist. Da fährt es einem ein, was wir alles haben. Und ich glaube, Dankbarkeit, Zuversicht, dass wir das alles geniessen dürfen, das ganze Jahr durch. Nicht nur dann, wenn ein altes Jahr vorbei ist und ein neues kommt, sondern immer wieder. Das ganze Jahr durch. Ich glaube, das ist irgendetwas, das man nicht genug wertschätzen kann. Und darum wünsche ich euch allen ein frohes 2018. Viel Gesundheit, Zufriedenheit und natürlich auch viel, viel Frieden. Und ich glaube, das kann jeder selber dazu beitragen. Für den Frieden nach aussen, für den Frieden nach hinten. Selber ein richtiger Peacemaker sein. Für sich und für die Region. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes und erfolgreiches 2018.